Musik 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 Total positiv. Wir haben ein ganz offenes Klima, eine gute Stimmung. Das ist einfach auch dadurch begründet, dass es ganz individuelle, ganz besondere Charaktere sind. Wir haben jetzt den Mamadou aus Barcelona. Der ist sehr erfrischend und ganz unvorbelastet. Es macht total Spaß. Er hat auch ein bisschen Perspektive für den Publikumsliebling, dass wir da jetzt auf rechts außen auch für Johnny ein Backup haben. Auf links außen der Benji ist auch ein ganz positiver Typ. Er geht auch vorneweg im Training. Ich glaube auch, dass wir da im Gegenstoß wirklich Akzente setzen können und dass wir da auch einen richtigen Gewinn gemacht haben. Heute ist auch Juri eingetroffen als Rückraumspieler jetzt nach der Olympia. Juri müssen wir jetzt unseren Fans nicht so sehr erklären. Der ist aus der Bundesliga bekannt und ist ein Spieler, der auch im jungen Alter wirklich Entscheidungen nimmt und Verantwortung schon trägt. Und sicherlich auch für Deutschland in den nächsten Jahren einer der zentralen Spieler im Rückraum. Ja, das ist total wichtig für uns, dass wir Kohli auch entlasten können, dass wir, wenn Kohli mal Verletzungsprobleme hat oder einfach durch die vielen Spiele dann eben auch Überlastungen hat, dass wir einen Kreisspieler haben, der uns auch ermöglicht, vorne und hinten zu spielen. Dass wir nicht permanent Wechsel in zwei, drei Wechsel haben. Und wir freuen uns total darüber, dass es nochmal möglich gemacht wurde, dass wir jetzt mit Christian da auch einen zweiten Offensiv richtig guten Kreisspieler haben, der aber auch zentral decken kann. Also ungefähr zum Glück hatte ich jetzt noch die knappe Woche ein bisschen Urlaub und konnte bei meiner Familie und bei meiner Freundin ein bisschen Zeit noch verbringen und ein bisschen entspannen. Und ja, jetzt bin ich hier und man hat dann doch gemerkt, dass hier eine Woche ohne Handball, das merkt man dann schon, so ein bisschen in der Koordination und in den Abläufen. Aber ich freue mich jetzt einfach hier zu sein und dass es endlich losgeht und ja, ich habe richtig Lust darauf. Gut, also zum Glück kenne ich ja schon ein paar, ein bisschen jetzt von der Nationalmannschaft und so ein bisschen aus der Bundesliga und das hilft dann und ja, hat Spaß gemacht. Und die Jungs sind ja mega cool und haben mich, glaube ich, gut aufgenommen und ich freue mich jetzt einfach auf die Zeit und weiß nicht, dass man sich da noch ein bisschen besser kennenlernt. Und mehr zusammenwächst und dann auch auf die Spiele und auf die Saison noch nicht so wirklich, weil eigentlich war es noch so, okay, ich war jetzt die ganze Zeit mit der Nationalmannschaft unterwegs. Das war, ich weiß nicht, für den Kopf auch nicht so einfach, es war immer irgendwie was los und jetzt hatte ich die kurze Zeit Pause und jetzt wieder hier und ja, jetzt bin ich einfach, ich schaue von Tag zu Tag und habe einfach Bock auf das Training und einfach hier loszulegen. Aber ich habe jetzt noch keine Ziele oder irgendwas, ich möchte einfach der Mannschaft helfen und sagen, dass ich da ja was beitragen kann und dann schauen wir aber ja, erst mal von Tag zu Tag.